Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Ich habe ja vor einiger Zeit mal so eine Classic-Reihe, Classic-Unboxing-Reihe bei mir auf dem Kanal erfunden, wo ich immer ältere Titel auspacke. Heute ist mal wieder so ein Video, da packe ich nämlich Super Mario Galaxy 2 aus. Viele von euch denken jetzt, wieso holt er sich das nochmal, das hat er sich doch damals in dieser Limited Edition geholt. Richtig. Mein Bruder ist nicht so der Zocker, also der zockt zwar auch, aber der holt sich nicht alle Systeme, der hat eine Wii, Wii U, 3DS und eine Xbox 360. Und jetzt hat er sich vor kurzem die Super Mario Galaxy 2 geholt in der Select Edition, er mag die Select Edition aber nicht. Mich stört die nicht, deswegen habe ich getauscht und habe gesagt, okay, hier nehme mein Spielchen und eine Select Edition und deswegen kriegt dieses tolle Spiel bei mir nochmal ein Unboxing. Hier haben wir den ersten Teil, den hatte ich mir ja damals erst nach dem zweiten gekauft, den finde ich auch sehr gut, aber ich finde den zweiten Teil besser. Aber ich kann beide Spiele für die Wii empfehlen, können die auch auf der Wii U spielen. Und sie sind sehr, sehr gut, gehören zu meinen Lieblings-Mario-Spielen und wenn ihr Mario Odyssey mögt, dass viele von euch mögen werden, da sind ja auch Elemente von Galaxy drin, dann könnt ihr auch diese Spiele ohne Bedenken kaufen. Also ich mag die Spiele sehr, es gibt auch einige Leute, die mögen die nicht, das ist total in Ordnung, aber ich kann sie nur empfehlen. So, jetzt kommen wir zu den Unboxing, hier haben wir dann Super Mario Galaxy 2 ab 6 Jahren freigegeben in der Select Edition. Ich glaube, das ist 2014 nochmal aufgelegt worden, steht auch hier unten. Und dann steht hier mit Mario und Yoshi zurück in den Weltraum. Ein neues Universum voller Abenteuer warten dich. Geht zu zwei Spieler, 50, 60, 50, 60, schadkompatibel, EDTV und HDTV, unterstützt die Remote und Nunchuck. Es gibt einige neue Kostüme hier und ja, gucken wir uns mal den Inhalt an. Da haben wir diese schöne Diss, ich weiß gar nicht, wie sieht die auch, Teil 1 habe ich gerade auch gar nicht hier drin, fällt mir ein, stimmt, das habe ich letztes Jahr nochmal gespielt. Das ist in der Hülle von, äh, lass mich nicht lügen, da habe ich es letztens reingetan. Manchmal tue ich die Spiele in eine andere Hülle rein. Äh, ja, dann haben wir hier die Hinweise, es gab hier keine Nintendo-Punkte mehr, ich glaube, da gab es auch den Club Nintendo nicht mehr, so wie es den gab. Und, aber ein Booklet, was leider heutzutage fehlt, auch bei den Switch-Spielen, was ich sehr schade finde, weil gerade bei den Switch-Spielen, die haben so schöne Hintergrund-Cover manchmal, da wäre ein Booklet echt schön. Aber hier alles noch schön in Farbe, wie man es gewohnt war damals. Man muss ja auch sagen, Nintendo war damals zu die Zeiten noch einer der letzten Publisher, der die Fahne des Booklets hochgehalten hat. Duftet auch sehr gut. Und, äh, Sony mit Playstation 3 und Microsoft mit Xbox haben das da schon sehr reduziert, teilweise auch ganz abgeschaffen. Ja, wie gesagt, zwei tolle Spiele, kann ich euch beide empfehlen, wenn ihr Mario und Urdis hier mögt, holt euch die Spiele, sind echt schöne Spiele. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, hoffe, dass es am Classic-Unboxing hier hat euch gefallen. Und wenn ihr eine Wii habt oder Wii U, könnt ihr da zugreifen, weil ihr könnt ihr die Wii-Spiele auf der Wii U spielen. Bis zum nächsten Mal, euer Gavatrons, tschüss!